Die alten Mobile Games sind wieder back. I love my life. Gnu, bleib gesund. I feel you. Hab dich lieb. Übrigens, dein Feedback zu den Games sind richtig stark und wahr. PS gegen die Bots. Zu riesigen Nebenwirkungen. Schreiben Sie bitte einen Kommentar in die Kommentarsektion gegen die Bots oder lassen Sie es. Willkommen zu einem strahlend weißen Lächeln. Das, was viele Menschen sich wünschen und auch ich hinter mir habe. Leute, ich hatte so lange Zahnspange. Es war furchtbar. Und vor allem hatte ich inne eine Zahnspange. Und bis heute habe ich einen Retainer drin. Also ich kenne das Feeling von Zahnspangentragen und Zähnen. Vor allem, ich hatte immer so ein Unterwisch. Das war sehr hart. Und wurde unter anderem mit Crentin Tarantino verglichen. Aber darum geht es heute gar nicht. Denn ich entscheide mich heute, Zahnärztin zu werden. Und natürlich möchte ich nur das schönste Lächeln für meine Patienten haben. Ach, sonst wäre ich ja nicht hier. Schmerzfrei kann ich übrigens nicht garantieren. Aber was definitiv schmerzfrei ist, ist mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Und einen Kommentar gegen die dummen Bots. Denn ansonsten müssen wir eventuell auch deren Szene ziehen. Diesen Freitag um 15 Uhr gibt es auf meinem Hauptkanal Gnu eine Premiere. Denn ich möchte mit euch live zusammen auf das wohl krasseste Projekt, das ich jemals machen durfte, reagieren. Ich werde im Live-Chat sein. Kommt gerne vorbei auf YouTube unter dem Namen Gnu. Ich erwarte euch. Es wird crazy. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Und ich darf leider noch nicht mehr sagen. Aber kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird einfach nur insane. So, ich würde sagen, wir gehen einmal rein. Ich nehme that girl. Select. Hallo meine Liebe. Oh Gott, furchtbar. Oh Gott, das hatten die im Mund. Was zur Hölle ist denn das alles? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihhh, die hat da noch Essensreste drin. Oh mein Gott, girl. Furchtbar. Oh mein Gott. Also ganz viel Liebe an alle Ärzte da draußen. Zahnärzte. Ja, das ist sicherlich nicht einfach. So, schön. Wunderbar. Jetzt haben wir die Zähne gereinigt. Toll. 2,7 Millionen Likes. Dafür? Ist das ein TikTok? No caption needed. Achso, das war eine Influencerin. Oh, wir machen Influencer-Zähne. Aber wieso kriege ich Smile Transformation? Ach du Scheiße. Biete ich etwa so furchtbare Veneers an, wo ich die Zähne abschrubbel? Ich hoffe nicht. Tief Accessoire. Eine Pinzette. Claim it. Nö, danke. Ich brauche die nicht in Gold. So, wir nehmen die für Silber. I want some Tief Accessoires. Oh nein. Was sind denn das da hinten für Leute? Tief Accessoires? Das kann man eigentlich shoppen. Normal. Silber. Oh, da können wir ja richtig die Zähne stylen. Holy. Okay. Dann, äh, was? Oh nein. Oh nein. Zahn Accessoires. Diamond Drills. Heart Shape. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Nehmen wir mal so ein Gem. Was ist denn das? Oh Gott, was ist denn das? Oh nein, das ist ja wirklich furchtbar. My favorite is green. Oh nein, das ist ja wirklich schrecklich. Das sieht dann aus, als hätte sie was zwischen den Zähnen, ne? Dann nehmen wir jetzt einmal den und den setze ich jetzt da hin. Oh mein Gott, furchtbar. Oh mein Gott, das sieht so blöd aus. Das ist wirklich einfach nur hässlich. Hot. Das sieht aus, als hätte die Spinat zwischen den Zähnen. Oh nein, bitte nicht. Im Ernst? Nein, die will auf jeden Zahn so einen hässlichen grünen Stein. Und dann hängen da so die Essensreste drin. Oh geil, ey, das ist ja wirklich hässlich. Wer will denn sowas heutzutage noch? Hey, 4,5 Millionen. Furchtbar, furchtbar. Ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich. Braces. Look at this. Claim. Hey, I'm applying for the... Okay, er möchte quasi einen Assistentenjob. Schönes Lächeln. Erstmal anmachen. Danke, schön dich zu treffen. Warum solltest du diesen Job bekommen? Ich liebe ein gutes Set von Zähnen. Check out the bad boys, then. Dann check out the... You're hired. Okay, ich stelle ihn an. Gut, wir nehmen dich, Bro. Aber ich habe deine Zähne noch nicht gesehen. My teeth are so wonky. Was ist ein wonky? Ach, wackelig, ne? Oh mein Gott. Was zur Hölle hängt dir da noch in den Zähnen? Holy moly. Der kommt einfach mit ungeputzt Zähnen. So, passt es so bitte? Done. So, jetzt gibt es erstmal eine Zahnspange für 20.000. Pink. Oh Gott, ich habe vor, du machst den... Nein, wir machen mal Silber rein. So. Okay, so. Zack, zack, zack. Draht. Als ob das so schnell geht. Und es tut so weh, Leute. Oh Gott, es tut so weh. Das tut so weh, ne? Und oh mein Gott, das muss so weh tun. Als ob das so schnell geht. Den wird so das Maul bluten. Das dauert Monate und du hast das Gefühl, dir fallen die Zähne aus. Boah, das haben sie jetzt aber echt nett veranschaulicht. Ich glaube, der Bré hat heute Abend keine Zähne mehr, die fallen ihm alle aus. Feeling badass. Soll das vielleicht der Machine Gun Kelly sein? Tieffiller. Okay, jetzt gibt es eine schöne Füllung gleich. Okay, oh mein Gott, ein VIP. I have... Sie muss ein Fotoshooting machen. Jetzt! Kannst du mir meine Zähne bereit machen? Hm, wenn der da hinten bösartig aussehen soll, dann ist das auf jeden Fall kein guter Türsteher. Ich bekomme da irgendwie Muttergefühle bei dem Babyface. Aber okay, I can. Gibt ja doppelt Kohle. Clean the dirty teeths. Okay, let's go. Okay, der hat sogar goldene Zähne. Also komm, wenn du ein Fotoshooting hast und so zu einem Fotoshooting gehst und mit ungeputzten Zähnen, girl, dann kann ich dir aber nicht helfen. Die kommt her, um ihre Zähne putzen zu lassen. Das kann ich leider nicht akzeptieren. Dafür gibt es auf jeden Fall... Komm, wir machen da irgendeine Sch*** rein. Ich finde, dafür hast du dir auf jeden Fall den Drip jetzt verdient. Okay, so. Dafür gibt es jetzt aber den gewissen Drip. Wenn du schon mit ungeputzten Zähnen erkommst, gehst du bitte auch damit hin. So, dann. Komm, noch so ein bisschen Drip. Geht hier noch ein bisschen was? Kann ich noch Gems hinklatschen? Komm schon, komm schon. Ja! Oh mein Gott! Ich kann hier komplett den Mund verziehen und es ihr dann auch noch berechnen. Ich werde reich! So machen das also die Zahnärzte heutzutage. Was haben wir denn eigentlich noch so im Angebot? Ein Stern. Das sieht eigentlich alles bescheuert aus. Was ist ein Gap bitte? Thanks. Ach komm, das reicht schon so. Oh mein Gott, sie liebt es auch noch. Oh mein Gott! Viel Spaß mit den Essensresten und dem Shooting. Es sieht einfach nur furchtbar aus. Wie kann dir das nur gefallen? Tea Filler. Gibt es jetzt Veneers? Oh, was ist denn los? Sorry, das war heute nicht mein Tag. Warum? Du hast doch ihren Mund voll verschönert. Du kannst mir alles erzählen. Oh, mein Partner hat mich verlassen. Oh, das tut mir ja so leid, das zu hören. Aber jetzt geht arbeiten, halt die Schnauze. Can you stick around? Möchtest du mit mir einen Drink trinken? Ja, natürlich. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als mich jetzt an meinen Assistentenrand zu machen. I need a X-Ray. Okay, er braucht ein X-Ray. Was ist, was? Oh nein, er braucht schon wieder. Oh nein. Warum putzt ihr euch die Zähne nicht, hä? Das ist einfach unakzeptabel. Haben die einen Karton gebissen oder so? I don't know. Done. Okay, er braucht auch wieder eine Röntgen. Mhm, mhm, mhm. Ich sehe, hohle Zähne mit wenig Inhalt. Oh, da haben wir ein Loch. Da müssen wir bohren. Ganz tief rein. So, das müssen wir füllen. Wir machen aber eine Special-Füllung rein. Und zwar Gold. Okay, let's go. Ein bisschen Gold rein hier. Ein bisschen Gold, Digga. Komm, wir tun uns mal überlappen hier. Mehr, 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 mehr. Wir wollen den Zahn komplett Gold. Wuuuuh. So, perfekt. Too much. Es gibt nicht zu viel Gold. Fertig. Viel Spaß beim Kauen. 42.000. Yeah or nay? Man sieht doch gar nichts. Vor allem, dass ich die Patienten gleich so unvorteilhaft von unten auch noch filme. Ein Tooth-Replacement. Yoi. Okay, choose a tooth. Wer will denn bitte freiwillig? Okay, ich frage gar nicht. Ich bin in den Blauen. Das wird sicherlich toll aussehen. Das ist wunderschön. Und noch einen rosanen vielleicht. Oh nein. Das will doch keiner. Das ist ja furchtbar. You are beautiful. No matter. 2,9 Millionen, ey. Trailer Art. Das wird der Sch**t. Sieht furchtbar aus, Mädel. Außer hättest du an deinem Kuli rumgekaut. Hab ich früher übrigens gemacht. Tooth-Removal. Oh, jetzt können wir gleich Zähne ziehen. Oh, wir sind ja schon richtig. I hope you have... Ich hoffe, du hattest heute Abend Spaß. Ich gucke voll so. Wir sind immer noch in unserem Arbeitsumfeld und saufen Bein, während Kunden kommen. Ich hatte eine tolle Zeit. Oh. Möchtest du zu... Was? Möchte ich zu ihm nach Hause? I can't. Ja, bitte. Wenn schon, denn schon. Oh. Do you have a partner? Yes. I won't cheat. They don't need... Sie müssen es nicht wissen. Oh mein Gott, ich bin so ein richtiges... Äh, nee, scheinbar habe ich einen Partner. Ich sage jetzt mal, ich habe keinen. Sie müssen es ja nicht wissen. Herr Assistent, Sie wissen doch, wie Füllungen gehen. Scheiße. Schnell. I've got a... Ich muss eine Show starten. Helfen Sie mir. Oh mein Gott. Ich möchte es dir einfach nochmal ab zwölf Jahren. Ich möchte es dir nochmal andeuten. Einfach ab zwölf Jahren, ne? Kann ich diesen... Bitte wegmachen. Danke, ich will nicht. Tooth removal. Oh, wir dürfen Zähne entfernen. Da bin ich doch immer dabei. Let's go. Okay, meine Zähne sind wirklich schrecklich. Okay, lass mal schauen. Sehr dreckig, ja. Die hättest du eigentlich auch echt mal putzen können. Also das ist wirklich das Mindeste. Das muss ich hier wirklich mal stark kritisieren. Gibt eine extra Rechnung. Und wir haben hier ein paar Zähne, die mir nicht gefallen. Okay. Kann ich auch andere ziehen? Ach, komm schon. Das wäre so witzig. Den? Komm schon. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Mann. Zack. So, das würde jetzt wehtun. Oh mein Gott. Oh, furchtbar. Oh, es muss so wehtun. Und das lasse ich einfach so. Die kriegt nicht mal einen Ersatz. Ich habe da noch einen blauen im Angebot. Was für eine kranke Transformation, Girl. Sprite unterstrich 23. Dieser Code. Oh, wir können jetzt auch bleachen. Bleach, bleach, bleach. Sie braucht auch... Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Ich kann ja eigentlich alles rausnehmen, oder? Oh mein Gott, Girl. Oh Gott. Und raus damit. Oh mein Gott. Das war mit Gewalt. Okay, Girl. Das würde jetzt wehtun. Keine Sorge, das würde wehtun. Aber nicht mir. Boah. Blau. Rein da. Sehr schön. Okay. Dann, äh... Was? Was? Ach so, bleachen. Oh mein Gott. Ähm. Oh Gott. Oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott. Was tue ich hier? Ach so, okay. Ich glaube, ich bleache... Aber wieso bleache ich denn die blauen? Die sollen auch blau bleiben. Boah, furchtbar. Dann. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber es wird anscheinend gebleacht. Oh mein Gott. Das sieht so dope aus. Das tut mir so leid, Girl. Oh mein Gott. Oh, so happy with my new teeth. Lüg nicht. Sieht furchtbar aus. Sieht nämlich aus, als hätte die irgendwie einen Füller gegessen. Oh nein. Can you fix my teeth? Nein. So, es gibt jetzt noch Neues. Unlock. Oh, weiß. Ach, jetzt haben wir endlich mal richtig weiß hier. Bling, bling. Okay, sie hat ein Loch. Haben wir eine neue Farbe? Wir haben doch richtig weiß jetzt, ne? Glaube ich. Ja. Der müsste jetzt aber eigentlich raus... Der sticht überhaupt nicht raus. I'd like a gem. Ein blue gem. Ich probiere jetzt eigentlich mal diese Diamond Drill raus. Die machen mich fertig. So, jetzt gibt es erstmal schöne Drills hier drüber. Ey, das sieht so furchtbar aus. Oh mein Gott, wirklich. Und dann würde ich sagen, noch ein Drip oben drüber, oder? So, und ein Drip gibt es noch oben drüber. Oh mein Gott. Also, die Frau wird nie mehr essen können, oder kauen, oder sonst irgendwas. Mehr geht gar nicht. Done. Girl. Oh mein Gott, sie findet es richtig blöd. Oh, 455 gibt es dafür nur. Alle finden, das war das erste Mal, dass die Leute... I'm sorry, girl. Damit musst du leben. Okay, can you get me smile ready for the award show? Nein, sorry, Ariana. Heute nicht. So, Leute, ich werde jetzt noch ein paar Zähne verschandeln. Ich hoffe, ihr lasst liebe in den Kommentaren da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und einen Daumen nach oben. Und vergesst niemals zu lächeln. Und das ist die Aufgabe nach dem Video, dass ihr heute jemandem, den ihr mögt, ein Lächeln schenkt. Ach, ist das schön. Okay, girl, come on, ich mach deine Zähne fertig. Let's go.